Meine Lieben, das wollte ich euch unbedingt zeigen heute Morgen. Den Teig habe ich gestern ungefähr gegen 10 Uhr vorbereitet und habe den Lievitomate kalt aus dem Kühlschrank geholt. Seht euch das an, das ist ein süßer Teig. Da habe ich auch Rosinen mit reingemacht. Und das ist mein Brotteig. Der ist auch wunderbar aufgegangen. Der war auch bis hier und ist auch super aufgegangen. Ich freue mich wirklich drauf, die heute zu backen. Und ich zeige euch auch hinterher das Ergebnis.